Parishvapurvottanasana ist die seitliche schiefe Ebene, auch als schiefe Ebene mit Flankenstreckung bezeichnet. Eine Übung, welche insbesondere die seitlichen Rumpfmuskeln trainiert und auch die tiefen Gesäßmuskeln um die Hüftkreuzbeingelenke trainiert. Gerade um einen gesunden Kreuz und gesunde Knie zu haben, ist es gut, öfters mal, vielleicht ein, zweimal die Woche, Parishvapurvottanasana zu üben. Nilakanta hat einige der verschiedenen Variationen dieser Asana vorgeführt.